Einmal Wayne County und The Electric Chairs bei uns in Rockpop. Wayne County kommt aus USA, aus Georgia, ging nach New York, hat dort mit verschiedenen Bands gespielt und verließ dann das Land 1977 und gründete in London mit zwei alten Bandmitgliedern die New Wave Gruppe The Electric Chairs. What about New Wave for yourself? Is it only music or special way of living? Both. Mostly an attitude. Everyone's told me I've had an attitude. So I'll give this to you. Wayne County sagt mir, es ist beides, nämlich sowohl Musik als auch eine spezielle Art zu leben. Das ist die Ausstrahlung, die aus der Musik heraus lebt. Sie hat sich verändern lassen und war früher ein Junge, jetzt ist sie ein Mädchen. You call yourself transsexual. Oh, I call myself that. Yes, lots of people call me other things. But, you know, I used to be a man, but I am a woman now. Okay. Also sie sagt, andere Leute nennen sie anders, aber jetzt muss ich mich konzentrieren. Ach, aber sie war mal ein Mann und fühlt sich als Frau, obwohl er deswegen hat sie sich enden lassen. Thank you very much for coming. Now the second song is called, I had too much to dream last night. Here we go. Thank you very much. Bye. 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 Bye.